heute und willkommen zurück bei freaky dreams ja eine gespräch wurde gerade noch gedrückt als ich dem verdammten mutter und das ist mein schöpfer was in kaufszentrums mit dem bahnhof und ich bin mir der gefahrt muss aber im schluckern hat unser pc zu uns gesagt wurden dann damit hallo mitte gibt es ja nicht bauze wo wo da stürbaut sind Ah! Ah! Von hinten, ey! So'n Arsch! Ah! Schon wieder von hinten, ey! So'n Arschloch! Räufel Hühnchen sollten zu Hause bleiben! Ein Rätselhaftes Hüppel! Na ja! Blöde Hund! Blöde Hund! Wie immer nervig! Die Nacht war sehr schön, ne? Die Nacht ist vorbei. Die Nacht ist vorbei. Hmhm. Wo denn jetzt schon wieder? Das sind schon wieder Hunde! Kommt her! Halt Stöckchen! Au! Das tut weh! Mo... Mo... Äh! Verschminder! Moment! Om... Ähm... Moment! Falsch! Ähm... Nein! Omnomnom! Gut! Lecker, lecker! Oh! Scheiß Hund! Stirb! Das ist ein Rätselhaftes Hüppel! Das kann ich nicht mehr mitnehmen! Das stört mich! Egal! 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 Das müssen wir liegen! Und wo kommen die ganzen Hundes? Ja, die war vorher noch nicht da! Sind das die Geister der verstorbenen Hunde oder wie? Egal! Egal! Erstmal zurück zum Lagerfeuer! Da! Ist ein Lagerfeuer! Das kommt gut! Denn wir haben zwei Rätselhaftobjekte! Ah... Akubi... Hmhm! Das... Ich hoffe... Naja, was finden wir? Ja! Ein altes Fertiggericht! Gut! Frisch 120 Kappel wieder auf! Und noch ein altes Fertiggericht! Hm... Handbuch? Ah! Gut, gut, gut! Dann werde ich mal... Schau mal schauen... Ich werde... Äh... Und das nicht... Dich... Wann... Wie? Noch nicht... Das... Nein! Ich werde... Äh... Und das nicht... Dich... Wann... Noch nicht... Das... Ja... In die Tasche damit... Und... Darum... Das ist die Tasche... Haben wir... Das halte... Fertiggericht jetzt rein... Gut... Speichern brauchen wir nicht... Wir gehen einfach weiter... Gut... Moin... Hier lang... Wieder rein in die O-Bahn... Mal schauen ob hier wieder Hände herumgammeln... Bis jetzt nicht... Weiter eine Morgon... Gut... Keine Hände... Und hier noch weiter... Nee... Kann man nicht... Mein Gott nein... Nicht schon wieder... Wann... Die... Die können nicht... Was ist... Die sind Stärkturen... Wir haben vor mit zwei Schlägen tot... Steher... Mann... Äh... Bist du... Der Geist der verstorbenen Koale oder was? Warum... Haut ihr ab? Ich will euch töten... Ich will euch doch nur töten... Ich will euch doch nur töten... Steher... Mann... Wieviel halten die Dinge aus auf einmal... Mann... Wieviel halten die aus... Sie greifen mich nicht wirklich an... Sie umzubringen bringt mir gute Erfahrungspunkte... Ich denke ich... Ich halte mich jetzt... Wenn ich so viele Schläge brauche... Dann werden sie nicht allzu wenig X-Bild geben... Die... 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 Hier... Irgendwo noch weitergeht... Ich sehe hier keinen... Weiteren Rang... schauen wir mal auf die karte ja okay wir haben wir den pc gefunden wo sind jetzt hier sind jetzt und hier ja hier war das eine gitter schauen wir mal daher bleibst du da das war mal ein geist noch in der gut dann da wieder zurück mal schauen ob wir hier die treppen auf und dort werden weil die man sie haben mit einem schlag die spieler und wir gehen darauf darum muss irgendwo sein das einkaufszentrum es ging auch in dem wir den schlüssel an die gitterwand schlüsseln einig kochana dekinat kredirene kiosk getekelein wacke demo kittadai johann kimi mochila wattach nachsehe und rinnapp so lange wir uns so ein pc haben kann uns nichts passieren ich habe hier nur gehofft dass der händler vielleicht kommt damit die stadt dem schluck ein ersatz hineinnehmen kann die wahl der schottengäu da war es so ein bisschen kohle chatte der mit einer dann wird die schlussendung die schlussendung die schlussendung tonigakul aber die schlussendung Suche des Mädchen mit dem Ziel war ja Katze 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 mit Menschen mit Menschen mit Menschen mit mit Menschen mit Menschen mit dass mir das noch geht hier an mit Menschen sind ich höre Hunde die Feinde der Katzen stirbhund der Scheißhund ich verbrügel ich die Hunde werden auch stärker stirbhund verdammte der Hund hat schon was ausgehalten alle Läden geschlossen verdammt komm hier ran oh Gott sind das so viele hier oh Gott stirb Beine stirb bei was die Hälfte er hat mit dem Arsch getreten steht hier in den Arsch getreten ah 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 stirb ah 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 okay wir sind in der Öl gesteckt und man die sind nervig ah 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 und stirb ah 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 das ist ein rätselhaft zu weg da liegt es auf dem Boden okay das kann ich nicht mitnehmen es ist zu groß haben wir hier sonst irgendwas da was haben wir was haben wir was haben wir ein Katzenspielzeug hurra und gut schütteln nimm das Katzenspielzeug und drücke A um meine Katze erst der Nähe anzulop was bringt mir das was bringt mir das l haignan kripp genau der ab ab die 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 okay so was haben wir Was? Was ist da drin? Super! Super! Ich verstehe das hier! Äh, nein, äh... Ja, natürlich. Ich verstehe das. Super! Ich denke, dass du mit dir bist. Ich denke, dass du mit dir bist. Nein, das... Ich denke, dass du... Hahaha. Ich würde sagen... Hm... Moment... Zulgen... Links... Dann gehen wir nach rechts... Ohm... Nom... Nom... Sehr gut. Und der Arsch ist so... Und was haben wir hier noch? Hier war doch noch was? Egal. Die kann ich nicht... Und die ist nicht mehr... Dann verzieh ich mich hier. So... Es ist auch so einfach zu schlafen. Hm... Und die sein können nicht mehr... Lachen... Da! Hh... 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 köhle sage ich schon ich gehe wieder zurück der wende gesundheit ist ziemlich niedrig besser zum lager vorher zurück ja und und bevor ich zum lager vorher gehe was anderes hat das spielzeug wurde angelegt mit 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 da kommt sie die mitte die mitte springt nach dem katzen spielzeug mit mit lustig cool und die katze und ja dann rüstig und wissen wie man von beschwert aus und kann kann da hat man egal gehen wir raus 1 zum lagerfeuer und m jürgen mit der überraschung ein flurieb das sei dass es um so mit dem wird na dann gehen wir zum zahnbuch und das katz spielzeug ist eigentlich ziemlich nutzlos das sind die tasche dann sollen die einkaufspassagen schüttel behalte ich mir aber den gitter schlüssel das video waren dann brauchen wir auch nicht mehr falls ihr fragt warum ich den stock mit habe ja denn die waffen hier können kaputt werden und deswegen behalte ich mir den stock rieber auf den lager drauf und dann würde ich sagen ich speichere hier und mache schluss denn der letzte part wurde durch das versteckten spiel erhöht und da die paar minuten die dieser part kürze ist ist auch ein schieb gut leute ich verabschiede mich hier und beim nächsten mal geht es dann wieder weiter mit freudig wo wir das einkaufszentrum weiter erkunden bis zum nächsten mal ciao